Hallo und herzlich willkommen bei Sportsgeist Heilbronn. Fast jeder Zweite hat es sich gewünscht, ich solle doch bitte die Audiodatei veröffentlichen, die ich benutzt habe, um mein DMT in der Zirbeldrüse freizusetzen. Das werde ich auch in diesem Video hier machen, denn es war eine sehr, sehr schöne Rückmeldung bezüglich dieses Videos und ich fand es sehr, sehr genial, was da auch noch für andere Ideen dazukamen. Ich habe beispielsweise gelesen, dass es auch Atemtechniken gibt, mit denen man das hinbekommt. Das heißt, ich werde mich jetzt auch nachträglich mit diesen Atemtechniken mal beschäftigen, weil ich selbst davon noch nichts gelesen und gehört habe und werde dann auch vielleicht diesbezüglich mal eine Anleitung beziehungsweise einfach ein Video auch zu der Thematik selbst machen. Was ich dir jetzt wünsche, ist einmal viel Spaß mit dieser Audiodatei. Ich habe sie begrenzt auf eine halbe Stunde, sodass es nicht allzu lang ist. Ich denke auch, dass es ausreicht, erst mal eine halbe Stunde sich mit diesen Frequenzen auseinanderzusetzen. Was ich dir nur empfehlen kann, ist, such dir ein ruhiges und eventuell auch dunkles Plätzchen. Schaff dir eine gemütliche Atmosphäre, mach die Augen zu und höre dann diese Videodatei an. Generell, wenn dir dieses Video, wenn dir diese Audiodatei gefällt, würde ich mich natürlich freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben dalässt. Und wenn du entsprechend Freunde und Bekannte hast, denen du das gerne teilen möchtest, dann teile dieses Video. Und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann hol das doch bitte jetzt nach, um täglich neue Videos zum Thema Gesundheit von mir zu erhalten. Und wenn du schon abonniert hast, aktiviere die Glocke, damit auch sichergestellt ist, dass du jedes neue, hochgeladene Video von mir angezeigt bekommst. Viel Erfolg und viel Spaß. Euer Ingmar Bida. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020